Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist nicht Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Ne, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich gut. Bravo, bravo. Ich bin so fließend mit mir. Ich bin so fließend. Ich bin so fließend. Ich bin so fließend. Du bist ja ne guckst. Ich bin so fließend. falling vor allem. Ich bin so fließend. Ich bin so fließend. Ich bin so fließend. Immer dictum. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020